Heute nur eine kurze Aufnahme mit der beiden Safi. Hallo Leute! Steh mal auf. Hallo Leute! Irgendwie... Ich weiß heute gar nicht. Schwimmst du gerade am Boden rum? Was? Hä? Das klingt aber gar nicht. Geh mal kurz rein und raus. Hä? Ich geh mal kurz rein und raus. Ich bin aber ganz tot. Bist du ja auch nicht tot. So, bist du. Hallo Leute! Hallo Leute! Und tschüss! Und tschüss, genau. Tschüss, tschüss! Weil wir sagen nur kurz Hallo und tschüss, warum ich jetzt wieder schlafen muss. Und da sieht man wohl jetzt eine neue Rüstung mit der Brille, ne? Ja, eine Brille. Willst du dir auch mal eine kaufen? Was hab ich denn für eine an? Ah, ich hab die Rüstung an. Willst du dir mal einen Laden kaufen? Ich kann ja mal zu deinem Laden gehen und gucken, was es da gibt. Aber ich muss. Du musst mir das Geld geben. Ja, das kriegst du ja automatisch, wenn ich was aus deinem Laden nehme. So, wo gibt's denn den Helm? Da die Ledermitze. Die Ledermitze. Die Ledermitze. Die Ledermitze. Die Ledermitze. Die Ledermitze. So, guck mal, ob ich genug Geld hatte. Ja, siehst du jetzt, da müsste bei dir das Geld stehen, das du bekommen hast. Ja. Genau. Dann zieh ich das auch mal immer. So. So. Also Papa hab doch was gekauft. So. 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 Ich kaufe dann auch was bei dir. Ich kaufe Pfeffer und auf kurz was. Wunderbar, sieht das aus. So. Und dann gehen wir jetzt Tschüss sagen, ne? Tschüss! Leute. Tschüss. Jetzt kann mir die Ausnahme gucken.